Hallo und herzlich willkommen bei Degayoshi. Ich wurde mal wieder getaggt und zwar von einem YouTuber, der noch neu ist und der sich auch noch nicht vor der Kamera zeigt. Schade, mal gucken wann er es macht. Der hat seinen ersten Tag gemacht und auch gleichzeitig der erste Tag und der hat mich auch getaggt zu Osten. Das ist der Movie Royale 2.0. Movie Royale 2.0 hat mich getaggt, hat seinen ersten Tag auch gemacht und zwar der heißt, müssen wir mal gucken, wie heißt er denn? Ah genau, meine Top 10 Regisseure Tag. Ja, Regisseure, das ist immer so eine schwierige Sache, weil ich mir meistens die Filme anschaue und nicht dazu jetzt die Regisseure so grundartig kenne. Hauptsache es gefällt mir, sag ich jetzt mal. Aber es sind 10 Stück. Ich fange einfach mal an, welche so meine 10 Lieblinge sind. Die 10 der schlechteste, die erste auf Platz 1 halt der Beste. Auf Platz 10 habe ich Martin Corsisi. Corsisi? Genau, Corsisi. Egal. Die 9 Rick Lee Scott. Dann die 8 Peter Jackson. Dann die 7 Stephen King. Dann die 6 Robert Rodriguez. Dann die 5 Quentin Tarantino. Dann die 4 Michael Bay. Die 3 Roland Emmerich. Dann die 2 James Cameron. Und natürlich die Platz 1 ist Stephen Spielberg. Weil Stephen Spielberg hat so meine Lieblingsfilme gemacht. Jurassic Park. Zurück in die Zukunft. Das sind so mit meinen Lieblingsfilme. Der weiße Hai war jetzt nicht so mein Ding. Hat damals funktioniert. Ob das heute noch so funktioniert, glaube ich weniger. Und auch wenn viele sagen Kult, Kult, Kult. Das Wort Kultfilm und Kult hast du nicht gesehen und Klassiker. Wird in meinen Augen zu schnell verwendet, das Wort. Also deswegen sage ich mal nicht Kult, sondern egal halt. Jetzt ist es natürlich wieder an mir, zwei Leute zu taggen. Also ich tagge jetzt einfach mal zwei Leute. Ich will hoffen, dass die Tags auch mal mitgemacht werden. Immer wenn ich jemanden tagge, die machen nicht mit oder haben keine Zeit, da vergeht mir langsam die Lust, Leute überhaupt zu taggen. Als erstes tagge ich natürlich den Tommy, das Lane McGrath. Ja. Das wäre schön, wenn du auch diesen Tag machen würdest. Diese meine Top 10 Regisseur. Wäre toll. Wie gesagt, ein YouTuber, der noch relativ neu ist. Movie Royale 2.0. Und dann tagge ich noch als zweites. Den Movie Maniac Tom. Das wäre schön, wenn du auch den Tag mitmachen würdest. Weil, wie gesagt, macht mit und haltet die Community fit. Das wäre sonst schade, wenn das eben halt irgendwie alles untergeht. Und ja, Movie Royale 2.0. Es wäre schön, wenn du auch mal ein bisschen vor der Kamera bist. Und eben halt, ja, deine Videos sind eigentlich ganz okay. Kann man sich eigentlich auch mal nicht meckern. Und das soll es eigentlich von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mein kleines Antwortvideo zu den, äh, meine Top 10 Regisseure Tech-Video gefallen, meine Antworten halt. Ähm, ich bin jetzt nicht so gerade drauf vorbereitet. Deswegen holpere ich noch ein bisschen mehr als sonst. Und, ja, bis demnächst wieder, euer Digger Yoshi. Und tschüss. Und, ja, bis zum nächsten Mal.